Herzlich Willkommen, Freunde. Es geht mal wieder los nach einem halben Jahr Pause. Wir sind wieder in unserer schönen Jumpline. Es hat angefangen zu schneiden, deswegen haben die Jumpliner damals Alaska-Jumpline getauft. Das passt ganz schön gut. Yannick ist heute hinter der Kamera. Der hat die Sandgelenke gebrochen. Der dritte, die ist ja im Bunde. Wir bauen heute zwischen dem zweiten Sprung nach der Kurve und dem großen 10-Meter-Sprung noch einen kleinen flachen flowigen Sprung, damit wir ein bisschen den Flow in die Line kriegen. Viel Spaß damit. Kriegen wir den Krawant dran und den mache ich jetzt nur durch. Schicken wir. Check. Eins A das liegt. Ahm! Hasen Wannack 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 Werbe Eine B B Mittag und wir haben noch einen neuen im Bunde, hallo Dominik Ich bin an den Beinen Es ist kalt, Leute Einmal zusammenfassen, was wir heute geschafft haben Wir machen jetzt Feierabend, weil wir keine Kraft und Motivation mehr haben Wir haben einen wunderschönen Brennholzstapel für die nächsten Tage Schönes Feuer Das ist Dominik Und wir haben auf der Landung ist noch ein bisschen mehr Erde als eben Der Absprung ist gleich geblieben Das Loch in der Mitte ist größer geworden Ja, also zwei Drittel von der Landung, würde ich sagen, haben wir Machen wir morgen Rest drauf Bring das Ganze in Form Und dann geht es wahrscheinlich mit dem Step Up da hinten weiter Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Tag 2 Julian macht gerade Feuer Dann geht es weiter mit Buddeln Viel Spaß Unser Gips, Mann So Leute, wir haben hier eine schöne Landung aufgeschippt Julian shaped das gerade mit einer heißen Schippe Genau, dann klebt die Erde nicht an der Schippe Das funktioniert natürlich nur eine Zeit lang Das ist die Landung Das ist der Sprung Vielleicht machen wir den Absprung nochmal ein Stück höher Wir probieren es wahrscheinlich erstmal so aus Wahrscheinlich wird es gehen Jetzt machen wir die Schippe wieder warm So Freunde, nachdem wir jetzt eben den Speedtrunk hier gebaut haben Wollen wir hier nachher noch ein bisschen reingehen Schönen Übergang auf den Absprung Mach ich gerade noch das Gras runter Weil das sieht scheiß aus Lässt dich scheiß fahren Ja, viel Spaß Wir sehen mal zu, dass wir heute noch fertig werden Dann werden wir eh nicht Das war jetzt Bautag Nummer 28 Wir haben den großen Kickup-Reiter gemacht Wir haben unser Speedgap nochmal überarbeitet Da kommt jetzt noch ein bisschen Erde auf den Absprung Und dann war es das auch Peace out Noch irgendwelche Kommentare? Ich bin damit zufrieden Demnächst geht es weiter Zwei Wochen oder so Seid gespannt